Herzlich Willkommen zurück zu Gears of War 2. Ja, und weiter geht's. Ich dreh jetzt mal hier am Rad. Ich dreh am Rad. Weiter drehen. So, und hier... So, hier, ab da. Oh, das war, glaube ich... Hau ab, Alter. Oh, da fliegen die Fleischschwätzen. Oh, Bastard. Oh, willst du nochmal einer? Na, ich glaube, die haben wir. Der gammelt hier noch ein bisschen. Boah, voll ins Maul. Ja, jetzt ist hier eine... Warte mal, hier war doch gerade ein Scharfschützengewehr, ne? Ja. Die Frage... Ah, nee, ich behalte mal noch eine Weile, dass es mit dem... Mit dem Pfeil. Falls stärkere Gegner kommen sollten. Das ist nämlich sehr praktisch. So. Abwärts. Kontrollpunkt, sehr gut. Ah, schon wieder eine Sniper. Ich habe so das Gefühl, dass man hier... Ah, warte mal, wie viel Schuss habe ich denn? Zwölfe habe ich für die. Oh, die ist aber so geil. Die habt ihr noch nicht im Einsatz gesehen. Ne, ich lasse die Sniper hier. Ich möchte unbedingt, wenn fette Gegner kommen... Die kommen jetzt hier bestimmt. Kriecher. Die kommt von da. Und da haben wir nämlich schon einen Kandidaten. Komm, komm, komm. Boah, was will er? Der flippt aus. Alter Schwede. Ja, die Klinen, die kann man ja auch hier mit einer Handkante. Die schmeide ich. So, aber habt ihr gesehen? Der Fette, der war nicht begeistert davon. Entschuldigung für den Ausdruck. Er kam wahrscheinlich nichts dafür, dass er so dick war. Er wurde wahrscheinlich so geboren. Ah, keine Ahnung, wie die geboren wären. So, hier können wir jedenfalls was mitnehmen. Ja, zwei Pfeile eingeschossen und zwei zurückbekommen. Oh, da oben, das Licht. Das muss erst mal weg hier. Alles klar, meine Freunde. Ah ja, sieht er das? Bumm. Kurz warten. Da ist auch so ein Geschütz nicht mehr da. Das war, glaube ich, auch so einer. Der hinten schießt, glaube ich, auch mit Pfeilen. Ah, die ist so geil, die Waffe. Geht nichts Besseres. So, hier brauchen wir keine Munition. Hier auch nicht. Ich will was gucken, ob irgendeiner hier diese Pfeilwaffe hatte. Ich denke mal, da oben war der Einzige. Ja, die anderen haben alle den Racer. Den mag ich nicht. Äh? Ja, was soll das sein? Bevor ich da gegen haue, werde ich da drüben mal gucken gehen. Denn hier gibt's irgendwie noch Muni. Ein Pfeil. Bisschen wenig. Hätte ein bisschen mehr erwartet. So, okay. Den sollen wir jetzt drücken. Jack, such eine optische Übereinstimmung mit Maria. Es sind so viele. Ich glaube, er hat sie. Was bedeutet dieses Symbol? Vielleicht der Aufenthaltsort. Komm, gehen wir hin. Hm. Also, ist sie noch am Leben oder ist sie nicht am Leben? Das werden wir sehen. Boah, ich höre hier... Hört ihr das? Markus, lass mich dieses Mal nach vorne gehen. Mir nach. Ja, geh doch. Ich will sowieso hier alle einzeln mal, ob ich hier jemanden befreien kann. Seit wann werden diese Menschen hier so gehalten? Können wir die nicht... Keine Ahnung, aber wir müssen weiter. Vielleicht ist Maria hier. Also müssen wir uns beeilen. Na, können wir die nicht auch alle befreien? Kann man nichts machen. Ich hätte die alle befreit jetzt. Schade. Hier. Ich höre dich doch. Alter, ich würde da... Ich könnte da gar nicht drin stehen. Ich habe nämlich wahnsinnige Platzangst. Ich würde irre werden. Vielleicht erfahren wir über dieses Terminal, wo sie ist. Hättest du ja schon mal selber drücken können. Oh, Mann. Das ist nicht das Symbol. Wir müssen das Symbol finden. Ja. Mehr nach. Dann kommen wahrscheinlich noch massenweise... Feinde. Da vorne kommen sie doch schon. Das sehe ich doch schon. Oh, je. Markus, da oben ist deine Patrouille. Nicht schießen. Wir warten, wie sie wechseln. Oh, oh. Da muss ich hier hinschießen. Die bleiben aber da. Ach, nee. Ach, die haben die Explosion... ... haben sie trotzdem gehört. Okay. Oh, jetzt sind sie weg. Okay. Mehr nach. Jetzt könnten wir sie im Rücken schießen. Da vorne gibt es auch Muni. Da ist noch ein Terminal. Suchen wir dort. Ja. Ne, ist wieder ein anderes Zeichen. Das Zeichen, was wir suchen, sah aus wie eine Sieben oder so. Das ist der falsche Bereich. Ja, lass mich doch mal gucken. Los. Da vorne sind Feinde, die gehen nicht weiter. Achtung. Was? Was? Ich hätte den Dicken jetzt voll einen in den Rücken geschossen. Auf Rücken. Mann, die Paar, wir haben schon viel mehr erledigt. Geh nicht so dicht dran. Okay. Ne, das ist auch nicht, oder? Sieht zwar so ähnlich aus. Das ist es nicht. Ne, ist es nicht. Auf geht's. Ach komm, lass uns die doch abballern. Die Paar Kunden. Wir haben uns gesehen. Feuer aufzuhalten hier. Yay. Der hat auch so ein Ding. Überraschung. Haha. So, die hätten wir schon mal erledigt. Und hier habe ich fünf Stück. Yay. Ich dachte, ich wusste, es lohnt sich. Was ist das hier? Oh, hier so ein Schild kann man auch nehmen. Das will ich nicht. So. Gucken wir hier mal. Nee, das war's auch nicht. Mist. Das ist nicht. Dom weiß schon. Der rennt schon nach vorne. Kommt ziemlich spät. Er wartet, Dom. Warte doch. Ich mach das schon. Lass mal gucken hier. Das ist es. Das ist es. Hier muss es sein. Los, suchen. Ja, wieso? Such du es. Deine Frau. Wir haben uns gefördert. Was heißt denn wir? Erwischt, du Schwein. Oh, kommt da einer? Da hinten hängt einer. War das alles? Ah, nee. Hier kommt es auch noch. Oh, der Köter ist auch noch. Booma? Oh, oh, oh. Alter. Du bist auf den Sack hier. So. Oh, ich treff das nicht. Oh, ich treff das nicht. Alter. Der hat eine Gatling, ey. Jetzt reicht es nochmal hier. Der hat gesessen. So. Maria. Wo bist du? Maria, Maria. hier haben sie maria 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 bei der absperrung sie kommen von links gettling von links kommt er hier gettling power wartet oje dom der der hat links kommt um also verbete er ist auch am kriegen das ist weil der ene da der hatte die gleichen pfeile wie ich und die töten meistens instant aber diesmal das ist es hier muss es sein los suchen da ist kommen die ja noch mal alle ok dann noch mal ach jack der sucht schon da hinten ist noch einer da hinten kommen auch welche ja da hier Geht doch mal hier. Oh je. Boomer von da. Aber erstmal kommen ja die kleinen Ratten. Mein, 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 mein. Der Boomer. Der Boomer ist tot. Sie kommen von links. Ah, da ist jetzt der Ine dabei. Lass mich mal Munition fassen. Der da, der hat mich getötet vorhin. Der da, der hat mich getötet vorhin. So, der wäre erledigt. Der auch. Oh, da kommt noch so einer. Komm näher. So. Da kriege ich auf jeden Fall Munition für mein... Nein. Ich wollte doch dahin mir das holen. Öffnen. Ich kann's nicht fassen, Markus. Endlich. Oh, dumm. Sie lebt also noch. Hä? Na ja, sie ist bestimmt schwach vom ewigen Stehen. Ich liebe dich. Dom. Oh nein. Der hat ihn nur so gesehen, wie er es sehen wollte. Alter, so sieht sie wirklich jetzt aus. Alter. Nein, Baby. Nein, nein. Was haben sie dir angetan? Es tut mir so leid. Das ist echt übel. Es tut mir so leid, Maria. Ich... Ich hab dich gesucht. Oh Gott. Nein. Oh nein. Bitte. Maria. Ich bin's verdammt. Dominik. Dominik. Markus. Ich... Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie ist okay. Das ist definitiv nicht mehr seine Frau. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Maria. Ich liebe dich so sehr. Oh. 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 Ah, er hat es quasi erlöst oder so. Das mit Maria tut mir leid, wirklich. Aber sie hat jetzt ihren Frieden gefunden. Du hast getan, was du konntest. Ich habe einen Weg nach Nexus gefunden, auf dem wir uns unbemerkt reinschleichen können. Wenn du aber lieber Kugeln sprechen lassen willst, kann ich das auch verstehen. Ich bring sie alle um. Na, jetzt hat er richtig, richtig Wut. Hätte ich aber an seiner Stelle auch. Und ich kann mir jetzt nicht mehr die Dinger holen, ne? Ne. Schade. Schade. Äh, hier ist ein Hebel. Oh je. Ähm. Ich glaube, wenn ich den Hebel mache, geht da hinten die Tür auf und dann kommen Feinde. Anders geht sie eben nicht. Okay. Aber die Zeit ist gerade wieder um, sehe ich. Dann mache ich hier mal einen Schnitt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Gears of War 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.